wo ist jetzt fragt ich bin gerade am runterschlucken hast du die mehra schlange beim lager gesehen erst die bandit und jetzt die schlangen wir haben keine ruhige minute einige unsere krieger haben vor tagen das lager verlassen aber sie sind noch immer fort ich würde dich bitten auf seinem weg zum monument nach ihnen zu sehen ja warum sind alle so langsam nur zu seh dich um wo müssen wir jetzt überhaupt überall hin zuteil eines wahlsagers fehler krieger das letzte monument okay dann haben wir das wieder reiten die zwei meter kommen wir sind faul so is a real snake i would say müssen wir die jetzt stürzen das war übrigens falsch die schlangen müssen wir gar nicht töten oder salzwurm haut kriegen wir es von den schlangen das noch schlagen oder das würde ich glaube dann müssen wir auch ein paket und das kommt auch der ups gut mal egal wo müssen wir jetzt was wir denn salzwürmer müssen wir finden was in den salzwürmer wer do you go my lovely sind sie ein salzwurm hier sind schlangen falsche richtung gemeldet weißt du das danke bunny das sind salzwürmer oder so wie beißt natürlich mehr als ein brot die absoluten gröner boden kann das ein wasserballett die geile hallo ich habe euch noch gelobt gegen das ballett besuche die zweiten ort mit dem ersten dritten ort dann müssen wir noch mal üben also die anderen waren aber sowas von synchron der feuer und nicht in china weil er will keiner hin wo ist in der dritte bitte mir das wird die andere aufgabe der letzte und das sind finsternis gehüllte vergessene königreich zu finden bereiste ich die wüste für eine gefühlte ewigkeit aber letztendlich fand ich seine spuren und ich werde mich bald dorthin begeben diese nachricht ist für den fall dass ich es nicht schaffe wer immer nach dem überresten in kawias und merkt euch der eingang zum moray wird von dem wasser geöffnet dass das genesis licht hält ja das hätte man noch einfacher umschreiben können drücken den knopf links ziehen seiner kette und dann leuchtet was wir müssen ja mysterisch denken sie in das genesis licht wo sind die dritte leiche die muss doch hier in den blauen kreis drin sein oder nicht 12 haben wir dass sie zweite ja ich trinke gerade kaffee wo ist denn die dritte ne den haben wir schon und sind die dritte leiche die ach da ich könnte meiner sagen also mal hallo da drüben sprich mit ärmel durch mit prag und sprich mit charlotte genau machen wir das also ärmel prag charlotte das sind unsere nächsten ja 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 so ist mir im fenster zum erzieht mächtig aber jetzt alles hier wohl wenn ich da hin einfach mal alt wird nein nicht die ich vergesse jedes mal ja bitte so haben aber hier glaube ich du hast die monumente gesehen du bist gekommen warst du schon erfolgreich vielen dank bitte du hast die monumente gesehen ja die tore von morai öffnen sich durch wasser das wissen der schamanen das über generationen hinweg überliefert wurde enthält bestimmt die antwort darauf in einer wüste wie dieses nicht leicht an wasser zu kommen ich hätte ich wette das donna mehr darüber wissen könnte ja also müssen wir doch nicht mit dem frieden warum sind alle so langsam weil du doof bist mit hoffen vorsichtig sein damit sie nicht umsonst gestorben sind ich danke dir bitte schön ja viel haben wir nicht gekriegt muss auch mal sein machen wir jetzt eine kette o plus 31 stärke plus 71 vitalität danke entschuldigung auch für mich ist du noch aufmachen wenn man das hat minus ab in den folianten bitte alter weil die sind alles drin reparaturwerkstatt portal schriftrolle verwende die schriftrolle um zurück an den ausgangspunkt zu gelangen verwendest du eine ein portal kehrst du zum rückkehrpunkt zurück wird immer von verbraucht keine ahnung ich verstehe nicht ganz erricht ein lagerfeuer das sowohl deine tp und mp als auch die gruppe regeneriert das haben wir denn hier alles gut ist drin elektrogranaten ja dann müssen wir mal mit üben das habe ich noch nicht gemacht wirklich wir könnte ja hier unten noch drauf legen was ist denn jetzt du kannst einen der folgenden gegenstände auswählen und erhalten und habe ich jetzt erst gelesen einen die ganze truhe wie jetzt ist das denn trank der erweckung wird beim erhalten gebunden gewährt schleichen für zehn sekunden horn von luthera beschwört lutherische soldaten die für 30 sekunden der seite deiner verbündeten kämpfen auch menschen so doof schutz dran kann man doch gar nicht meine nachkommen nehmen wir den ist mir egal ja ich habe gedacht epische truhe wow wir kriegen alles da war ich mal wieder gierig bis zum abwägen man merkt was bringt das eigentlich wenn wir die sachen zerlegen bringt uns das was auch immer 90 95 ich weiß noch nicht genau was uns das bringt ja das war jetzt aber sehr enttäuschend wir haben eine epische giste gefunden kriegen sechs tränke und dann reden wir hiermit schon naja ich erinnere mich ich dachte es hätte was mit dem regen ritual zu tun mit doch im moment ist unser treffen wichtiger wir müssen uns gegen die banditen verbünden judia ins chaos stück gestürzt haben mittlerweile hätten alle ankommen sollen würdest du bitte den zustand der trommel beim treffpunkt überprüfen ich komme danach ja mal bitte geht zum treffpunkt ja ich möchte gerne bombos kaufen und da müssen wir da kommen jetzt auch mal hinlaufen oder warum gibt stramme beine kommen wir wollen jetzt trommeln wir sind in die trommeln können sie jetzt mal trommeln wo sind die trommeln können wir sagen wo die trommeln sind hallo die trommeln wir sind aber sehr ja ich glaube das ist eigentlich ein junger Mann ach da aha mutti kommt zum bongo bongo schlag ja trommel weiter mutti trommel trommel bitte höre auf die stimme judas höre auf die stimme von judas genau machen wir jetzt sprich mit donner finde das ritual des führer das ritual des nomaden blablabla durch ich glaube ich das letzte was man hier in diesem punkt bitte wacht über die nachkommen mkw bitte hilf uns dabei uns zu vereinen aber gerne machen jetzt was Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Mein neues Haustier ist völlig ausgehungert. Das ist schön. Los, vernichte sie! Äh, wer? Warte! Nein! Sie! Maseldorf. Nicht mich! Sie! Du dummer Wurm! Was? Retten, ignorieren. Ach so, die Entscheidung beeinflusst, wie die Quest weitergeht. Wir kommen, wir sind mal nett. Wow! Hilfe von einem Feind zu erhalten. Wenigstens hat kein anderer Bandit, das gesehen. Das könnte sich positiv auf uns auswirken. Hab ich jetzt verstanden, richtig? Oh! Hä? Die hier ist kaputt. Wieso das denn? Ich seh nichts mehr. Gute Güte. Wir waren doch gerade gut dabei. Leute, zurück! Diese Kreatur ist vom Bösen befleckt. Ja! Ich kümmere mich darum. Ja! Mach ich! Jetzt haben wir mal richtig einen Bossfight. Ich hoffe, wir haben das Richtige gemacht. Und die wir den Typen befreit haben. Ich hoffe nochmal. Zum Glück war der Schaden gering. Das muss schwer für sie gewesen sein. GG! Girl, I'm so predicted. Just like I won. Zum Glück war der Schaden gering, dass man ein Schwer für sie gewesen hat. Aber ich war wirklich überrascht. Wer hätte gedacht, dass ich je einen mythischen Riesenwurm in echt sehen würde. Ja, Riesenwurm ist eine Kreatur, die durch die Magie irgendwo entstanden. Sie muss also überleben, bla bla bla, Untergang eingeleitet. Und seitdem hat dieses Monster die Salzwüste bestreift. Nein. Aber ich hätte gerne selber gekillt. Weil man ein schöner Fight. Ja, ich höre das Kollegen. John Collins. Bill Collins. Bill Collins. Ich bin nicht verrückt. Ihr seid alle übrigens hässlich. Haben wir was gewonnen? Ein urteils Wesen, das im Ödland heimische Brügelberg kann nicht zerlegt, wenn Stadt reisender Händler Quest Judea Normand. Was sind denn das für Dinger? Ja. Ich weiß nicht, wofür die da sind. Ich habe da noch nicht ganz gerollt. Ist ja nicht schlimm. Ach, gute Arbeit. Danke. Ich muss mal eben mein Inventar schließen. Dank dir und dem Priester verlief das Treffen ohne Probleme. Ich danke dir, dass du gute Arbeit geleistet hast. Das werde ich dir nie vergessen. Dankeschön. Von heute an betrachten wir dich nicht länger als Fremdling, sondern als Freund der... ...Nomaden. Ich wollte Monaden sagen. Ja, gut. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert, aber ich werde nach besten Kräften das Regenritual durchführen. Ich möchte beweisen für dich und auch für uns, dass Moria tatsächlich existiert. Einer alten Geschichte nach bedarf es zum Beschwören von Regen eines alten, von der Sonne geschaffenen Juwels. Ich glaube, damit ist das Solarsalz gemeint, das man nur in Judea findet. Bitte durchsuche den Wurmtunnel nach dem glitzernden Salz und bringe, was du findest, zu Prag. Sie werden überprüfen, welches Salz sich für das Ritual eignet. Es heißt, dass ein magisches Opfer und ein ernstes Gebet zu Regen führen soll. Der Regen sollte dir dann den Pfad nach Moria weisen. Ich werde das Regenritual vorbereiten. Danke. Super. Siehst du, es war ja ein Call the Muscle. Ich hoffe, Donners Magie funktioniert. Oh. Sollten wir dafür mal, ne? Und bis kommen wir aufmoppen. Was? Was war das denn? Hä? Was ist denn? Was ist denn das Feuer? Okay, wir gehen zurück. Bobo. Oh. Ich hoffe, der Zauber ist erfolgreich. Sieht brauchbar aus. Aber das reicht nicht. Hier nimmt dieses Stamm vom Panzer von Schildkröten. Das wird... Das wird sich für Donners Magie als nützlich erweisen. Ist das Solarsalz? Nein. Ist das wunderschön? Haben wir noch irgendwas offen? Nö, ne? Guck mir. Du hast, können wir mit dem Zauber beginnen. Bitte, lege das Salz auf den Altar. Achso. Ehrlich gesagt habe ich das noch nie zuvor versucht. Ich hoffe, es klappt. Hoffen wir auch. Wieso wieder Wetter hier zu Hause sind. Schau mal, es glüht. Oh, wir haben Ohrringe gekriegt. Ich bin schneller. Morai? Morai? Die alte, vergessene Stadt unseres Volkes. Es war kein Mythos. Nein. Morai ist tatsächlich hier. Es war schon immer hier. Oh, den Göttern sei Dank. Ich wusste, dass meine Mutter mir nicht die Unwahrheit gesagt hat. Du bist der Grund. Ich kann nur deshalb meine Augen an Morai weiden, weil du vom Himmel geschickt wurdest. Nee, ich kam durch die Wüste. Und wirst du Morai jetzt betreten? Dann sei besser vorsichtig. Als er verschwand, passierte dies ganz urplötzlich. Niemand weiß, welche Gefahren dort lauern. Mögen die Götter dich segnen. Komm sicher wieder zurück. Ist das echt? Wir haben sonst keine Aufgaben, oder? Aber nicht so schlimm. Morai war doch nicht nur ein Mythos. Nö, wir haben alles erledigt, oder? Oh. Nee, wir können auch nicht zurück Weltkarte ansehen. Oh. Das ist aber noch viel. Die Morai-Ruinen sind aufgetaucht. Ach so. Das also bedeutet das Monument. Ja. Ich fühle, dass wir der Arche einen großen Schritt näher gekommen sind. Und ich will sofort aufbrechen, aber es gibt dann noch etwas, was Donner mir aufgetragen hat. Darum muss ich mich zuerst kümmern. Warum gehst du nicht vor? Super. Wattengeckigen. Ich werde dir in Kürze folgen. Ja, nee, ist klar. Er will nur, dass ich hier wieder... Ach da. Ach so, wir sehen die Fallen. Ich denke, warum tanzt er die ganze Zeit? Ja klar, der kämpft gerade. Ich gehe richtig? Ich gehe richtig. Ich gehe richtig. wir müssen hin da wenn machen wir denn jetzt hier aber ich vergesse immer dass man die karte nicht größer machen kann jemand hat gerade über irgendeine mechanik geschrieben dass sie zu kompliziert sei und dann meinte der hat den eingang gefunden sehen wir mal ob jemand zu hause ist ja ich mache mir ein gäbchen kopf ist auch mein sonntag wir haben es geschafft und wir sich der böse das ist der bad guy wir sind vorsichtig wir sind im spiel mit wie wir sind nicht klug wir müssen amuray match suche ich brauche keine match suche man alleine was mitfrieden und 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 wenn wir in was freihusten, damit wir rein rauchen können schon ein gipschen das ist nicht passiert, super wie will das nicht so wir haben ja zeit ich muss ich hätte mich gerade innerlich ich weiß gar nicht warum so ich hoffe mal dass jetzt keinen fehler gemacht haben was mit ihr ach so ich muss mit ihr sprechen muss oh nein ich kann kein meter weit sehen ja das ist zu gefährlich weiterzugehen und bitte warte und lass mich eine fackel anzünden nicht von regulus das herrn der götter damit sollten wir den pfad erkennen können schnell suchen wir in den ruinen wir suchen in den urinen ich stelle das war knapp wir sollten besser aufpassen immer vor amelie amelie diese gelösen scheinen auf licht zu reagieren die blüfen der pfad ist sehr rutschig blüfen weht warte mal jetzt ach so wir gehen weiter okay nur das genesis licht kann die dunkelheit auslöschen was könnte das bedeuten dass nur das genesis nicht die dunkelheit auslöscht also rein logisch hat auch gesagt es muss einen weg vorwärts geben ja diese brise sie kommt von diesen felsen die grafik müssen dahinter sein ich kann einen fahrt freilegen auch die spielmechanik ist geil da bloße müssen jetzt tauchen das verursacht ja Das war's für heute. Und jetzt? Hä? Ah. Ja. Das sind einfach zu viele. Ich finde einen anderen Weg. Ja, lauf. Hä? Ja, komm, Bunny. Der will uns nicht. Ich glaube, der mag das. Oh. 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 Können wir da gucken? Das ist doch auch was. Ah! GG. Geh nochmal da hin. Achso. Haben wir hier was besonderes gefunden? Nee, ne? Hm. Okay. Hm. Schön. Oh. Monster! Hilfe! Nein! Hilfe! Ja. Ja. Möhmang. Oh. da geht nicht okay ist aber schön hier schöne mehr oder sind das aber auch nicht hin sehr schöne karte das muss ich sagen dass wir haben so morian ich habe sich gesehen ja 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 Oh. Oh. Oh schon. Kommt noch jemand? Oh. Ah. Du meinst. Na nie, Böden. Oh. Oh. Schamanen. Schamanen der Finsternis. Frieden ich. Ja die Regen ja gleich warte. hallo scheint dass man nicht in so dinge rein kann dass wir auch keine unsere häuser rein könnte dann so kleinigkeiten finden muss ja nicht in jedem sein so dass man alle mal durchsuchen muss oder hier so was das sieht auch schön aus dass man da irgendwas kriegt nicht schlecht so okay dann haben wir das jetzt auch erledigt ja